Vielen Dank für das Intro, was ja schon ein veritabler Impuls war, die ministerielle Rahmung, die sie uns gerade gegeben hat, uns weiter nicht nur durch diesen Tag begleiten wird, sondern auch ganz wichtig ist tatsächlich auch für die Ausrichtung der Schwerpunktsetzungen. Es ist ja ein wahnsinnig großes Thema insgesamt, die Nachhaltigkeit und auch heute werden wir ja nur einige Facetten herausgreifen, aber daher umso wichtiger auch zu hören, wo denken Sie hin als Ministerium und das ist für uns immer halt auch eine wichtige Richtungsweisung. Vielen Dank, liebe Vertreterinnen aus der Kultur, aus den Verwaltungen, ich begrüße aber auch die Politik, es sind viele Vertreter der Landschaftsversammlung Rheinland hier, das freut mich ganz besonders, denn sie begleiten ja uns im politischen Bereich und nehmen regen Anteil an dem, was wir tun und letztlich stellen uns ja auch die Finanzen zur Verfügung. Begrüßen möchte ich auch die Vertreterinnen der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, auch das ist uns eine Verbindung, die wichtig ist, weil sie eben über die Grenzen hinausgeht und schließlich meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich darf Sie also ganz herzlich zur LVR-Kulturkonferenz begrüßen hier im Rautenstrauch-Jost-Museum und natürlich auch daheim an den Bildschirmen. Kultur, Klima machen drei prägnante Schlagworte mit Aufforderungskarakter. Damit haben wir versucht, Sie aus Ihrem Arbeitsalltag zu lösen und zu uns zu locken. Wenn ich auf die Reihen hier vor mir schaue, ist das erste Ziel der Konferenz bereits erreicht. Sie sind hier. Sie bringen Herz und Verstand, Ihre beruflichen Erfahrungen, Ihre persönlichen Fragen und so vermute ich auch den Wunsch nach Veränderung mit. Mit all dem sind Sie genau richtig hier. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Heute feiern die LVR-Kulturkonferenzen zugleich ein Jubiläum. Wir haben es schon gehört. Seit zehn Jahren laden wir Kulturschaffende aller Sparten ein, um Neues zu erfahren, dazu zu lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Unser Anspruch ist es, die aktuellen Fragen aus der rheinischen Kulturszene aufzunehmen und nicht nur aus diesem Bereich. Sie für kleine und große Kultureinrichtungen, für ehrenamtlich engagierte und berufliche Profis, für Kulturverwaltungen und die politische Vertretung aufzubereiten und einen Dialograum zu schaffen. Damit dies immer wieder gelingen kann, müssen mindestens drei Bedingungen erfüllt sein. Zunächst, wenn gleich beileibe nicht das Wichtigste in der Kultur, aber in diesem Fall doch eine zwingende Voraussetzung, das Budget. Wir danken allen voran dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft, das die Konferenzen von Beginn an fördert und uns bei der Programmerstellung auch inhaltlich fordert. Vielen Dank dafür, liebe Frau Kalutzer. Die zweite Bedingung, kluge Kooperationspartner. Ohne die gute Zusammenarbeit mit den Büros des regionalen Kulturprogramms NRW hätten wir die Kulturkonferenzen nicht in dieser Form entwickeln können. Sie, liebe RKPs, sind und bleiben unser Premiumpartner. Je nach Thema kommen weitere Partnerinnen und Partner hinzu. Tourismus NRW, das Zentrum für kulturelle Bildung in Alter und Inklusion, das Zentrum für selbstbestimmtes Leben oder wie im letzten Jahr Kolleginnen aus der Wissenschaft, um nur einige Beispiele zu nennen. Durch diesen regionalen und fachlichen Austausch entsteht die Qualität des Programms. Durch Kooperationen wie etwa mit dem WDR 3 Kulturradio verstärken wir die Reichweite. Allen unseren Partnern ein herzliches Dankeschön. Und schließlich die dritte Bedingung. Das ist ein gutes Team, das den weiten Weg von der Entwicklung der Programmidee bis zum Catering souverän meistert. Und dabei auch das Veranstaltungsmanagement, insbesondere unter ökologischen und sozialen Kriterien, nachhaltig aufstellt. Auch in diesem Jahr haben Frau Buchholz, Frau Anilgan, Frau Turan, Frau Bautic, Frau Görlich und Frau Kessing ganze Arbeit geleistet. Sie können dabei immer auf die kollegiale Unterstützung anderer Abteilungen und Dezernate zählen. Vielen Dank Ihnen allen. Und nun, was erwartet Sie heute? Wir haben uns eine Menge vorgenommen. Wir möchten Sie anstiften und motivieren, Ihr Haus, Ihre Einrichtung nachhaltiger zu machen. Unser Ziel haben wir erreicht, wenn Sie am Ende des Tages beschwingt und motiviert mit einer Reihe von selbstgewählten Arbeitsaufträgen und konkreten Ideen nach Hause gehen. Heute geht es ums Beginnen und Durchstarten. Es geht ums Machen. Lassen Sie sich von unseren Referentinnen inspirieren. Hören Sie auch genau hin, wenn die Kolleginnen über die Schwierigkeiten berichten, mit denen Sie auf Ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit konfrontiert waren und wie Sie diesen begegnet sind. Mit dieser Konferenz reihen wir uns ganz bewusst ein in ein Reigen von Veranstaltungen, Seminaren und Tagungen, die alle das Ziel verfolgen, die Kultur auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu begleiten. Wir dürfen diese Aufgabe nicht an andere delegieren, die etwa allein der Industrie, dem Handwerk oder den Bürgerinnen und Bürgern zuschreiben. Vielmehr sind wir alle gefordert und damit auch alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen. Ja, wir sind Getriebene und Treiber. Wir sind ein Teil des Ganzen. Die Kultur hat nicht nur eine Verantwortung, wenn es um die eigene Einrichtung geht. Wenn zum Beispiel konkrete und knifflige Fragen zu klären sind, wie etwa eine Ausstellung oder Veranstaltung klimaneutral werden kann, ob eine Photovoltaikanlage auf das Theaterdach passt und wie sie zu finanzieren ist. Oder wenn sie sich mit der Frage beschäftigt, wie ihre Besucherinnen möglichst klimaschonend anreisen können und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Vielmehr wohnt Kunst und Kultur darüber hinaus eine transformatorische Kraft inne. Frau Kalutzer, Sie sind darauf eingegangen. Sie interagiert mit gesellschaftlichen Prozessen auf ihre eigene Art. Mit ihren vielfältigen Ausdrucksformen berührt sie Menschen emotional, transportiert Ideen und Haltungen. Sie kann anregen, erregen und aufregen und nichts Geringeres als den gesellschaftlichen, gedanklichen Veränderungsprozess befördern. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, packen wir es an. Vielen Dank. Vielen Dank.